Hey was geht ab hier ist der TwainLP mit Tom Prater am Start und wir sind dabei Sam wieder zu finden glaube ich mal im letzten Teil ist immer ziemlich tief gefallen gerutscht und gefallen und da hat sich auch Sam gemeldet und die wurde anscheinend entführt und wir wollen jetzt anscheinend sie wieder halt finden und aus ihren Gefangenen Dasein befreien und wir haben da einen Fähigkeitspunkt und da muss ich erstmal gucken ich habe das lange nicht mehr gespielt jetzt also muss ich erstmal wieder durchblicken weil ich bin ja viel arbeiten und muss gucken und dies und das und jetzt habe ich heute mal wieder auf den Plan geguckt und meinte so oh mein Gott die letzte Folge ist ja schon raus und jetzt müsste ich mal langsam aufnehmen und aber ich bin guter Laune ich hatte heute mal eine schöne Arbeit gehabt und bin eigentlich ganz gut gelaunt und habe Spaß daran mal wieder Tom Prater zu zocken muss ich sagen habe ich eigentlich immer Blöden sind sehr blöden haben wir haben wir das schon? Ne blöden sind Tierkatava sorgfältig halten sie zusätzlich Bergungsgut finden sie bei Totenfall brauchen wir nicht Klettergewandtheit verbessern sie ihre Kletterkünste um so schneller fort zu bewegen um Sturzschäden zu vermeiden setzen ihre geschärften Sinne ein um versteckte Belohnungen zu finden ich weiß ja nicht finden wir vielleicht noch hier was Ach das kann man alles noch gar nicht kann man vielleicht noch ein Messer was machen Axtexperte versetzen sie Feind mit ihrer mit ihrer Kletteraxt einen tödlichen hiep unwiedert gefällt mir ausweichen konnte weichen sie einem Gegner aus stoßen sie ihn mit einem Pfeil ins Knie und versetzen sie ihm dann den Totesstoß uuuuuh das machen wir doch oder um Feinde zu betäuben nehmen sie ihren Pfeil ins Knie am weichen sie mit B aus und drücken sie Y um so bringe her ok 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 können wir irgendwas aufwerten äh scheiße wie spät haben wir das denn jetzt eigentlich gut gut dass ich nämlich weiß wann wir Cut machen können Schrottflinken upgrade ui 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 können wir aber alles nichts machen können wir hier noch was machen alles nichts alles noch zu niedrig und auch diese Grafik ist schon so awesome aber wo gehen wir jetzt lang gehen wir jetzt hier lang vielleicht finden wir ja was vielleicht finden wir ja ein Versteck wer weiß wer weiß uuh hier ist schon mal was komm schon mach die Fackel an Lara mach die Fackel an geht doch so so ah sieht doch schon mal schick aus oder aber jetzt ah ok 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 alter ich will da hoch ich will jetzt da hoch hoch hallo da ein glück dass wir hier lang gegangen sind ne oh komm schon ah Waffenmodifizierung verfügbar verbessern sie ihren Waffen die Waffen in ihren Lager oh eine Waffenmodifizierung hab ich gemacht yeah so jetzt sind wir mal wieder darüber ja die Fackel ist natürlich nicht ausgegangen ne komm auch nicht jetzt mach mal das nicht so schieb mal das da rüber jetzt brennt das jetzt frage ich mich grad wozu brennt das ah um das denn wieder zu machen gut 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 du mein nein so reicht das auch jetzt reicht nicht ich geh jetzt noch mal da hoch ich mach das bestimmt um zu beständig grad eben es geht ja nicht anders so so und ziehen wir das nochmal so schön und jetzt muss es aber weiter alter wirst mich jetzt verarschen komm schon aber jetzt 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 immer noch nicht ey bis mich jetzt boah meine Fresse ich will das jetzt da haben so komm schon einmal richtigen Schwung komm komm schon komm schon jetzt aber komm wir machen das jetzt von der Seite komm schon der war hoch mit dir so das ding ist da So. Müsst du mich verarschen? Jetzt aber. Hallo? Dann machen wir das halt von der anderen Seite. Jetzt aber. Immer noch nicht. Ich lass das gleich in Ruhe. Sag mal. Kann doch nicht wahr sein. Wieso willst du da nicht rüberhängen? Egal. Ich lass das. Mir egal. Mir egal. Also ich wollte jetzt mal darüber gucken, ob da noch was ist. Uh, uh, da ist was. Da ist was. Komm, hebe auf, hebe auf. Äh, 15, Berg, okay. Okay. Okay, wir hätten... Okay. Okay. Ich hab gehört, sie hätten ein paar Frauen aufgegriffen. Ja, und eine soll den Test machen. Vielleicht ist sie die eine. Dann kämen wir endlich hier weg. Bleib locker. Es ist doch immer dasselbe. Ein armes Mädchen verbrennt und es geht weiter wie vorher. Mann, ich hab diese Insel so satt. Ich will einfach nur weg. Das wollen wir alle, Bruder. Aber es wird nicht passieren. Die Stürme lassen uns niemals weg. Aber wenn... Nichts wenn. Wenn du von ihr weg willst, spring von der Klippe. Einen anderen Weg gibt's nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe die Flasche leeren. Und jetzt lass mich in Ruhe die Flasche leeren. Müll. Alter. Oh. Alter. Na? So Da haben wir sie schon Blündern 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 Oh yeah Einfach nur noch alles blündern Wisst ihr was jetzt passiert? Da leuchtet was Ich drücke mal A anstatt X Und ich kann die jetzt sogar Beispielsweise mit der Pumpgun Ne das ist nicht die Pumpgun Das ist die Pumpgun Uh Videosequenz Oh Gott das war knapp Bist du da? Ich bin da Alles ok? Was wollen die von mir Lara? Ein Feuerritual Das ist so krank Hör zu Ich komm und hol dich Ich werd dich da rausholen Bitte Bitte hilf mir Lara Ich versprech's dir Ich versprech's dir Sam Hey Sie hat das Schildgerät Sam Sam Lasst sie in Ruhe Ihr verdammte Schweine Lasst sie sofort in Ruhe Ganz ruhig Lara Ganz ruhig Ich find das auch voll cool Dass es irgendwie keine Ladesequenzen gibt Es geht einfach so ins Spiel wieder rein Achso wir müssen jetzt hier lang oder? Aber ich will erstmal mich umgucken weil Hier ist Munition Ja Haha Da ist noch ein Besperrgungsgut Hier hätten wir noch ein bisschen Munition gehabt Da ist auch noch was So Ja Haha Ich hab's schon bemerkt Da Hoshi an ihrer Seite Das ist faszinierend Hoshi beschreibt ihren Alltag als Priesterin Aber irgendwas stimmt nicht Es mangelt mir an nichts Als Priesterin der Sonnenkönigin stehe ich am Hofe über allen anderen Ich werde geschult in Sprachen, Etikette, Geschichte, Kriegsführung Alles was zum Herrschen von Nöten ist Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir Warm, fürsorglich, liebend Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt Einige fühlen dasselbe wie ich Vielleicht sogar alle Aber warum? Wovor haben wir Angst? Hm, wovor haben die wohl Angst? Keine Ahnung Ich denke mal vor der Sonnenkönigin Ja Okay Haben wir noch ziemlich viel vor, aber Das ist jetzt nicht so wichtig Wichtig ist ja die geile Story Gibt es hier sonst noch irgendwas, was für mich wichtig sein könnte? Nö, eigentlich nicht Ich hoffe, ich springe jetzt einfach mal darüber Das ist auch noch ein bisschen Munition Hier hangeln wir uns mal ein bisschen runter Fuck Wow Nichts, 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 nichts Kultreffer Der Tank ist voll Lass ihn nicht auslaufen, Mann Das Zeug ist Gold wert Ja Wir müssen voreinschütten Ja, warte, ich seh nach Ey, mal schnell! Halt mich! Vielleicht können wir da gehen! Wir haben dich! Aua! Au! Oh nein, ich bin verreckt, Alter Ich hätte viel, viel schneller reagieren sollen, Alter Dann wären die weg gewesen Aber gut Das nennt man doch Mega-Explosion, oder? Hehe Äh, kommen da jetzt noch Gegner, oder nicht? Mir auch, egal Mir egal, äh Mir alles scheißegal Ja, ich mach's mir mit Abhaben, Garn Ich mach's mir mit Na Pam, Garn Hast du Angst? Hast du Angst? Leras Vibrator Die Pam, Garn Ein Schuss Und sie kommt nie wieder Ja, ja So schnell kann's gehen Alles voll Alles voll, du Aber Aber Was wirst du? Ich besorg's Ne, Lara besorgt's euch So richtig mit der Pumpgun Aber Wir wollen ja mal nichts übersehen Liegt hier was? Haha, hier liebt nämlich mal nichts Jo Und da kommen wir auch Nämlich hoch Seht ihr mal, ja Aber hier ist nichts Besonderes Hätten wir auch lang gehen können Naja Egal Nix Besonderes Nehmen wir mal die Pfeile und Bogen Lass uns Dimmst Nix Aus